Und wieder guten Morgen. Nächste Challenge, wenn es keine Challenge ist. Ihr seht, ich bin an der Zeit zurückgereist und habe das gleiche Outfit an. Beziehungsweise seid ihr eine Woche vorweg. Wir drehen die Serien immer gleich dort. Nicht, dass ihr euch wundert, ob es kann oder wir sprechen. Liegestütz wieder. Heute ist wieder Liegestütztag. Das heißt, ihr geht runter. Ich habe vorhin, glaube ich, Montag. Das ist meine Dienstag als Liegestütztag. Heike hat mich durcheinander gemacht. Also Dienstag als Liegestütztag. Heute mit ein bisschen Koordination, ein bisschen Bewegung frei. Das heißt, ihr geht in den Liegestütz. Die Mädels auf die Knie. Geht quasi runter. Macht euch lang. Und jetzt versucht ihr, ohne mit Händen und Füßen abzuschuppen. Eine Seite als Rolle. Wieder ran. Hoch. Runter. Ich habe nicht schon den Knie, habt ihr das gesehen? Das versucht ihr halt zu verbreiten. Und die Mädels hält dementsprechend über die Knie hoch. Wie gesagt, ihr könnt euch das wieder einteilen. So viel wie möglich in einer Minute. Oder ich mache eine Serie von 20 durch. Macht dann eine Minute Pause. So wie es am besten passt. Und ihr guckt halt, ich denke mal, 5 Serien sind für jeden drin. Zieht das hoch bis zu 15 Durchgänge. 10, 15 Stück. Dann habt ihr eine gute Basis. Viel Spaß. Bis denn.